Hallo Leute, hallo Friends! Heute machen wir ein Review über eine sogenannte Combat Machete. Today we make a review about a Combat Machete, whatever this may say, from United Cutlery, Preispunkt 59 Euro in Deutschland, Price is 59 Euro in Germany. For example in comparison I have here a few ones. I have here my trustworthy Ontario. I own it more than 10 years. I modified the point. I have here my Ontario, which I have for over 10 years. This is my best machete, which I have. I modified it, because I have a different point. And in which I made it really sharp. You can see that I use this machete a lot. And this is a really good one. This is Ontario. Dann haben wir hier eine Billigteil, das aber gar nicht so schlecht ist. Ich glaube das stammt sogar aus dem Norma. Für 10 Euro. This is only 10 bucks, but for a little work, it still works. Ja, für kleine Arbeite funktioniert das gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier eine selber gemachte. Hier haben wir eine selbst-made machete. Ich habe sie von einem Sawblade. Das war mal eine Sägeklinge. Und da habe ich auch die Spitze so gemacht, dass sie auch gut zum Stechen ist. Brauchen wir eigentlich nicht, aber auch die habe ich schon viel verwendet. Die ist extrem gut. Es ist wirklich gut, wirklich flexibel und wirklich durable. Das ist selbst-made. Und dann habe ich die 2-Händige Katana-Machete. Dann habe ich die 2-Händige Katana-Machete. Some of you know it already, because I made a video of this a few years ago. And like you can see, it's still in a good condition. I modified this myself. I changed the edge angle to a really sharp one. It comes dull from Cold Steel. But now it's a good machete. It holds up very good. Ich habe hier die Cold Steel 2-Händige Katana-Machete. Also 2-Händige Katana-Machete. Die habe ich jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Ein paar von euch kennen mein altes Video dazu. Seit ich diesen Edge-Angle, diesen Schneidewinkel geändert habe, zum sehr scharfen, funktioniert die richtig gut. Ein paar Leute haben gesagt, ja nein, wenn du so dünn machst, dann bricht die aus. Die klingen als sehr labil und so. Blödsinn. Das Ding ist perfekt. Funktioniert wunderbar. Auch sehr flexibel. Also very flexible. It doesn't break, it doesn't bend very good. Although this one, really, really good. Although this Ontario is my best one. Really good and flexible. And now, today, we want to test this one. Which is advertised as a machete. But the cool thing, it looks more than a big dagger, a long dagger. Because it is double-edged. It is zweischneidig, also batone geht damit nicht. You cannot baton with this. It's obvious because you will kill your baton before you baton your wood. But as a swinging machete, it should work, I guess. It has four millimeter. It's not four millimeter. Aber es hat einen Hohlschliff. Und zwar ein sehr tiefer Hohlschliff, was die Klinge fast papierdünn macht. It has hollow grind. A very deep hollow grind. Which makes the blade something paper thin. I'm curious what it can do. But I made some bad experiences in the past with United Cutlery Products. Not only with the Hohanshu. Also with my Tomahawk. Which I gave a good review and a good judgment in my video. You can see it on my channel. Two weeks later, it broke the Tomahawk. So now I wanna see what this United Cutlery Product is able to do. Let's see it. Have much fun with my video. Das erste was ich mache, da wäre jetzt keiner drauf gekommen im Lebtag nicht, dass ich da mit der Bierflasche aufmache. Das ist was ganz Neues. Man muss ja auch mal was Neues machen. Wir haben hier das Jubiläumsdunkel von Waldhaus. Äh, vergiss es. Egal. So. Aha. Geht schon mal nicht so gut. Gummigriff. It doesn't work really good. Because the rubber is too weak. But it works. It works. Finally it works. Slantje. Abo tresonte. Salute. Nastrovia. Prost. Hau weg die Scheiße. Das ist nicht lang. Stacke. Koppenacke. Ja. Kann man trinken. Heute mal nicht so warm. Juhu. Also. Okay. Das wirkt. Das hat funktioniert. It is a really light weight. Because so. It's not that easy. To hack with it. Because. Yeah. It does not weigh very much. Es wiegt nicht zu viel. Also es ist nicht ganz so einfach damit zu hacken. Abo immerhin. Es ist nicht so schlecht. Es sinkt ziemlich. Diese Machete weil sie sehr dünn ist. Okay. It is more a break. Than a cut. Es ist mehr ein Brecher als ein Cut. But we have some more wood here. Here we got some fur wood. Hier haben wir ein bisschen Kiefernholz. Also. 5, 6 cm mal 2. 5, 6 cm mal 2. 5 cm mal 6, mal 2,5 cm. Okay. Let's try this one. Yeah. That's not. Not so good for this fork. Like you see it. It's. Yeah. It's more breaking the wood than cutting it. Was ich jetzt gerade sehe, ist, das Ding ist schon dauerhaft verbogen wie eine Banane. Let's see if I can show it on camera, just a moment. I have no control monitor, so it's hard for me to show it on cam. Maybe you see this, it always has a band like a banana. I put it on the flat table and you can see it better. Das Ding ist verbogen wie eine Banane. Okay, just a moment, see what it does, whoop, it has a really strong bow. Strong bow to the left now. Let's see it here. This is not a good sign. I mean a tampering job is not that good. Fuck. Okay, if you take a straight one and you see the banana, see this. So that means, when it comes to me, it already failed. But anyway, we will go on. So, ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bissl angepisst. Also das Ding ist neuer, kostet immerhin knapp 60 Euro. Ich hab damit nicht mal harte Aufgabe bis jetzt gemacht und schon ist das Ding dauerhaft verbogen. Also, I have to admit, that I am already pissed off. In Germany, it is almost 60 Euro. So that equals 70 dollars, something like this. And after no hard use, just normal use for a machete, it already bent. And now we make the next test anyway. And before this, for comparison, I do the same test to other cheap machetes. And self-made machetes. Ich werde jetzt den selben Test, der es als nächstes folgt. Mit anderen Macheten, auch mit selbstgemachtem, mit Billigmacheten machen. Damit man sieht, also dass ich hier nicht bescheißen oder sowas. First, the cold steel, cold steel, two-handed Katerner Machete. Only two millimeter blade thickness, nur zwei, etwas über zwei millimeter Klingelstärke. Sehr lang, sehr großer Hebel. Flexibility test. Flexibilitätstest. Breitseite. So, nichts verbiegt, nothing bent. Again, harder. Everything's fine, no wonder. Next one, Ontario Machete. Also, two point five millimeter thickness, less than the UC Machete. Machete. Everything's still fine, no bend. Of course not. It's a good hardening job on this machete. Machete. Next one, self-made machete out of a saw blade. Hard on the broad side. No bend. It always bends back. Good hardening job, of course. Next one, United Cutlery. Combat machete. Fucked up too. So, do I have to comment this? Do I have to comment this? Muss ich das noch kommentieren? Diese Scheiße? Schaut euch das mal an. Look at this. I think you see this. Extremely bent. Comparison? See this? Alrighty, guys. Also, liebe Leute. Hier eine Autotür. Hier eine Car door. Und für Comparison, I use every machete else. And the United Cutlery machete as well, of course. First, the Colt-Seal machete. Erst die Colt-Seal. Only 2 mm blade thickness. Nur 2 mm klingelstärke. Wow, perfect. You see this? Perfect kit. We'll look if it has bent. The Cucco-Op is verbogen. No bent. Perfect. No problem. Of course it's not that problem because the car door is not that thick. It's not that big problem to do. First, the amateur self-made machete. The car door was made in a cake house. It's unusual right. So, I hit it three times which is a hard stress for the blade. Ich habe es dreimal getroffen, es ging nicht so tief rein, weil die Spitzenprofile ein anderes ist und es ist auch kürzer. Die Frage ist, ist sie verborgen? Die Frage ist, ob es permanent ist. Und wie Sie sehen, es ist überhaupt nicht verborgen. Es ist trotzdem straight. So, Sie können das nicht mit einem Schraubladen machen. Natürlich nicht. Die nächste. 9,95 Euro Norma. 9,95 Euro. Ein Schraubladen aus dem Discounter. Die Spitze ist sehr kürzer. Es ist schwer, wenn man in einen Kador schlägt. Aber wir haben es versucht. Ja. Es hat einige Schraubladen gemacht. Es hat zurückgebrochen. Mal sehen, ob es verbogen ist. Schauen wir, ob es sich verbogen hat. Und es hat sich nicht verbogen. Es ist nicht verbogen. Und das ist der cheapest Schipo, den ich habe. Ja. Kein Verbogen. Still straight, perfekt. Mal sehen. Die Hände von diesem Schipo. Ich habe jetzt meinen Schraubladen aus. Ich habe die Schraubladen aus. Ich habe die Schraubladen aus. Ich habe die Kamera aus. Diese sind die Hände der Schipo. Nicht sehr tief. Because of the profile of the point. But you see. It went in. And it was a hard stress. Okay. We will go on with Ontario. And afterwards, at last, with the United Cutlery. Combat Machete. Ich schreie. So, United Cutlery, Ontario, Ontario knife, machete. Wow, sehr tief in, weil ich den Punkt selbst modifiere. Ich schreie mich selbst. Anyway, es war ein hartes Stress für den Punkt. Moment. Sehr tief in. Keine Verbiegung der Klinge. Sehr straight. Sie haben eine sehr gute Härtungsarbeit auf dieser Klinge gemacht, Ontario. Das ist eine Machete für weniger Geld. Es ist weniger Geld, als für die United Cutlery in Deutschland. Und ich kann diesen Punkt vertrauen. Ich habe ihn schon seit 10 Jahren. Und jetzt die Bananen von United Cutlery. Ich hoffe, ich werde mich nicht verletzen. Ich hoffe, es wird nicht verbrechen und fliegen in meinem Gesicht. Ich hoffe, dass wir uns selbst verletzen. Ich meine, das ist eigentlich schon ein Witz. Gott. Ich habe wirklich keine Lust, um es zu kommentieren. Jetzt hat er einen S-Bow. Wirklich, Leute. Komm mal. Sie sind verrückt. Ist das eine Kameras geblieben oder was? Ist das eine Kameras geblieben oder was? Ist das eine Kameras geblieben oder was? Ich finde das. Erst hier kann ich den Tor mit Tapen ein показывieren. Und es ist jetzt nur das Falsch, hier zuGM. Nun, der Tor wohnt. Tag rückst du zur Ahora. Der Tor soll das weg entfernen. Ich sehe hier. Ich sehe hier. Hier sehe ich. the difference between a good machete and a bad